So, ich lasse jetzt mal hier den Prime, lasse ich mal eben hier stehen. Oh, was sind denn da für Kisten? Hä, was sind denn da für Kisten? Na, 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 na. Hä? Was? Achso, die muss ich mit Dings eigentlich aufmachen, egal. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ich wollte gucken nach dem Rock Drake, den ich je gesehen hatte. Und zwar hatte ich den wo gesehen? Ich muss mal hier fliegen, ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Da hatte ich den gesehen. So, ich hoffe, ich finde meinen Prime Agentavis nachher wieder. Wenn der jetzt überhaupt noch da ist. Also der, 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 der Rock Drake meine ich natürlich. Ich bin mir nicht so sicher. Weil der könnte ja echt überall hier rumhängen. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Ich bin mir... Was? 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 Was ist denn das? Ein fliegendes Pferd? Wie geil ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein Pegasus? So, was gibt es hier? Wie geil. Ein Pegasus. Habe ich... Habe ich gar nicht gelesen, dass es sowas in den Mods gibt. Äh... Okay, Prioritäten haben sich geändert. Wir holen uns den Pegasus. Wie viel hat denn der? Oh, ist er hin? Hey, Pegasus. Was hat denn der Pegasus an... an... HP? 200.000. Das heißt, der ist jetzt nicht direkt platt, wenn ich den einmal hacke. Okay. Mal schauen. Na komm. Ich muss den... Pegasus... Treffen. Ich will ihn so... Ich will den jetzt so betäuben. Ich will den jetzt mit meinem Fett... mit meinem Tier betäuben. Boah, warum treffe ich den denn nicht? Wie sieht's aus? Wo ist er? Okay, das müssen wir hinkriegen. Komm her. Hey, komm her. Ja, komm schon. Steigt noch, ne? Alles klar. Pegasus. Hau nicht ab. Ein Pegasus. Hey, du Galoppelhainz. Hör auf, hier rumzugaloppeln. Komm schon. Komm schon. Das gibt's ja nicht. Ey. Verdammt. So, jetzt aber. Komm man, der muss doch jetzt betäubt sein. Fast. Und wenn der jetzt ins Wasser fällt, wäre das aber doof. Weg da vom Wasser, Mann. Weg von dem Wasser. Nein, geh von dem Wasser weg. Weg vom Wasser. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä? Da. Oh Mann. Ey, hau nicht ab. Da bist du gut, da bist du gut. Da ist er sehr gut. Wir haben ihn. Jawohl. Hervorragend. Genau richtig hier. Eine sehr gute Stelle. Ich weiß nicht, was der frisst. Ich schätze mal, der frisst, ähm... So was hier. Oder der frisst, äh... Kibbel. Irgendein. Wir schauen mal. Das ist ja ein Elemental. Das heißt, er könnte auch Elemental Kibbel essen. Nein. Eternal Kibbel? Doch, der frisst Elemental Kibbel. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Uiuiui. Guck mal, was wir da haben. Kann ich den einfach so retten, ja. Geil. Wow. Was kann der denn so? Ey, wie cool. Das ist total geil. Spitzenmäßig. Warte mal. Ich steig mal ab. So. Wir werden den mal kurz zurückbringen. Dann werde ich den auch mal testen. Obwohl, ich werde den erstmal hier testen. Sekunde. So. Ich muss denen einmal ein bisschen was geben. Ach, ich hab hier nichts, was ich dem geben kann. Oder doch hier. So, dann kriegt der erstmal eine Million davon. Die Bewegungsgeschwindigkeit geht auch nach oben. Und der Schaden, den machen wir natürlich ganz weit hoch. Und 150 und den Schaden, zack. So. Wir werden mal gucken. Gucken wir mal kurz. Was mach ich denn mal hier platt? Da hinten den. Was haben wir denn da? Auch einen. Hier, da was. 9.000. Das ist jetzt nicht so überragend. Aber egal. Uh, hier haben wir unseren Prime. Oh, der hat schon ordentlich Gesundheit. Den kriegen wir wohl nicht so schnell platt. Das werde ich mir mal verkneifen. Okay. 9.000 ist jetzt nicht so... unbedingt... sehr viel. Holy shit. Wo kommt der denn her? What the heck? What is that? Aua, 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 aua. Ich bin gleich tot, Mann. Scheiße. Okay. Das war eine sehr kurze Fahrt mit dem Pegasus. Der wird gleich sterben. Ich sehe das schon. Der Pegasus ist gleich tot. Obwohl, Quatsch, der hat so wenig Energie, weil ich Dings gemacht habe. Alles klar. Boah, zieht der uns ab, ey. Ich muss weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann, ey. Komm, wie komme ich denn da hier irgendwo hin? Holy shit, was habe ich denn da? Was macht denn dieser Tablet Jarrah da? Hallo? Hilfe! Ich hänge fest. Ich muss hier weg. Leck mich doch. Alter, der kommt aber auch überall hin. Diese Krücke. Diese Krücke von Scheißdrachen, ey. Was ist das für ein verkackter Drache? Ach, leck mich doch. Okay. Gut, also, wir haben zumindest mal ein Ding jetzt gesehen hier. Ich nehme mal die Sachen mit. So, und tschüss. Okay, das war es für den Eternal. Ne, Eternal. Das war es für den Pegasus. Zumindest hat man ihn mal kurz gesehen. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Tier. Ich muss mir meine Sachen zurückholen. Bis dahin.